Guten Tag liebe Welt, wir sind Anonymous. Heute darf ich euch ein besonderes Projekt vorstellen. Anonymous Arts. Wir bei Anonymous Arts haben uns die Kunst zur Waffe gemacht. Sei es visuelle Kunst, musikalische oder gar lyrische Kunst. Wir nutzen sie für die Revolution. Dies ist ein Aufruf an all die Freien und in ihrem Schaffen unabhängigen Kreativen. Es ist an euch die Menschen auf ihrem Weg in eine neue Welt, in einer schöne, ja bessere Welt zu begleiten. Es ist an euch, ihr die oft als Außenseiter schräge Vögel der Gesellschaft geltet. Ihr könnt uns allen ein anderes Leben, einen neuen Gedanken, ja sogar ein ganzes Universum und Weltbild erschaffen. Lasst uns allen intensiver als je zuvor an euren Welten, eurer Kreativität und Schaffungen teilhaben. Zeigt uns noch schonungsloser eure Realitäten und die Brüche in unserem Leben. Er zeigt in uns dieses wunderbare zum Leben nötige Gefühl der Hoffnung und Mut auf eine andere schönere Welt. Gebt uns den Stoff aus dem unsere Träume und Sehnsüchte sind. Wer nicht er, jene die Welten erschaffen können, wer sonst könnte die Veränderung des Menschen zum Schöneren, zum Gerechteren, zum Besseren, Wirklichkeit werden lassen. Anonymous bittet euch, eure Ideen zu unserer aller Realität werden zu lassen. Anonymous in euren Bild- und Klangwelten aufzunehmen. Tanzt uns, gestaltet uns, gebt uns eure Stimme, zeigt und erzählt die Geschichte Anonymous. Dieser Aufruf richtet sich an all die abhängigen Kreativen, wir werden euch befreien. Wir, vergessen niemanden, bereitet unsere alle gemeinsame Sache vor, um am Tag der Revolution bereit zu sein. An all die gefangenen Kreativen, haltet weiter tapfer durch, wir sind mit euch. Wir vergessen euch nicht, wir vergeben euren Panikern niemals. Wir sind Anonymous. Wir sind die Kunst des Widerstandes. Entdeckt uns. Wir sind die Kunst des Widerstandes.